Hi, ich bin Jennifer, ich studiere Kulturwissenschaft an der Uni Koblenz. Das Besondere an der Kulturwissenschaft an der Uni Koblenz ist, dass es zwar sehr breit gefächert ist, die Schwerpunkte jedoch bei der Politikwissenschaft, bei der Medienwissenschaft und bei der Ethnologie liegen. Also das Studentenleben hier an der Uni Koblenz ist besonders, weil es ist alles an einem Campus. Man muss nicht viel hin und her, man kann alles zu Fuß gut erreichen und man kennt sich auch untereinander. Also man kennt zum Beispiel auch Studierende von anderen Studiengängen, die man sonst normalerweise vielleicht gar nicht kennenlernen würde und das bereichert eigentlich auch sehr das Studentenleben meiner Meinung nach. Außerdem finde ich auch gut in meinem Studiengang, dass aufgrund der Größe die Dozierenden einen etwas persönlicher kennen als manch andere Dozierende für größere Studiengänge, weshalb man auch viel eher personalisierte Hilfe erhält, wenn man Fragen hat. Ich würde meinen Studiengang an Leute empfehlen, die gerne lesen, die weltoffen sind, die gerne erkunden und vielleicht auch, vielleicht noch nicht ganz wissen, in welche Richtung sie gehen möchten und einfach erstmal vieles auf sich zukommen lassen möchten. Was Koblenz als Universitätsstadt ausmacht, ist, dass es zwar eine Großstadt ist, aber sich nicht immer wie eine Großstadt anfühlt, ein bisschen gemütlicher. Aber man hat trotzdem alles, was eine Großstadt braucht oder ausmacht, Möglichkeiten feiern zu gehen, aber auch kulturelle Einrichtungen und Erkundungsmöglichkeiten wie das Deutsche Eck, was ja sehr besonders und beliebt hier in Koblenz ist. Aber andererseits gibt es auch ruhige Ecken, es gibt Museen, also alles, was das Herz begehrt.